So, angekommen im Mercury Hotel, hier in Krefeld, Audio Vista, hier sieht man schon so ein paar Aufsteller hinter mir. Ja, da würde ich sagen, direkt mal reingehen, gucken was es da so gibt. Schöner sonniger Tag, das heißt, man kann sich auch schon mal draußen hinsetzen, ein bisschen quatschen. Perfekt, was will man mehr? Also, wir gehen mal rein und gucken. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.